Es geht wieder los unterwegs in den Alpen 2022. Hier seht ihr die Berge noch in Form eines Bildes an der Wand. Und ich hoffe, dass ich die Berge jetzt bald in Realität sehe. Es ist abends, vor mir liegt der ganze Tisch noch voller Ausrüstung, Elektronik, Karten und so weiter. Das muss jetzt alles noch ordnen. Dann werde ich mich mit Janine treffen. Sie wird auch wieder mit dabei sein. Und ja, wir werden dann alles besprechen und dann geht es los. Und wenn du Bock hast, sei mit dabei. Los geht's! Ja, langsam wird es so ein bisschen fahrlässig hier, glaube ich. Wir haben jetzt hier alles besprochen und geplant und es ist einer totalen Euphorie ausgebrochen. Haben jetzt hier noch die restlichen Sachen eingepackt und haben jetzt quasi vor, loszufahren. Es geht nach Südtirol, wo wir heute ankommen werden, ist noch unklar. Aber wir wollen jetzt los. Ja, los geht's! Wir laden das Auto unterwegs an der Alpen 2022. Startet jetzt um 22 Uhr 23. Krass, los geht's! Krass, los geht's! Ja, aber wir müssen noch ein bisschen was einladen. Ja, jetzt hat nun auch die Pilotin für den ersten Teil den Platz eingenommen hier. Janine ist jetzt da. Mit weiliger Kraftgetränke. Hier wird sich jetzt der Sicherheitsgurt angeschnallt. Ja, ich würde jetzt erstmal hier die Beifahrerposition einnehmen und das Navigationsgerät bedienen. Ja, das ist Wahnsinn. Also so früh waren wir jetzt auch noch nie unterwegs. Ne, das ist mal was ganz Neues. Ja. Ganz neue Erfahrungen. Unterwegs an der Alpen 2022. Die Schnapszahl. Let's go! Let's go! Geil! Ja, nochmal wurden wir kurz ausgebremst. Musst du nochmal umkehren. Denn Janine braucht natürlich ihre Stöcke. Ja. Ne, und ich habe meine auch nochmal eingepackt. Jetzt haben wir nochmal im Keller geguckt, was wir so haben. Jetzt mittlerweile, ich gucke nochmal auf die Uhr, wir haben es jetzt 22.42 Uhr. Wir versuchen es nochmal. Also, auf geht's. Jetzt können wir an der Stelle auch schon mal verraten, wo es hingeht. Es geht ins Bierhotel, ins Passajatal. Aber mal sehen, wann wir dort ankommen werden. Sind schon gespannt. Ein kurzer Zwischenbericht. Wir haben nun Niedersachsen verlassen. Wir haben den Harz erreicht. Sind nun in Sachsen-Anhalt. Auf der neuen A36. Zwischen Braunschweig und Halle. Nun schon auf der Seite von Sachsen-Anhalt. Langsam ist es nun im wahrsten Sinne des Wortes. 5.12 Uhr. Ja, kurz vor Halle sind wir jetzt immer noch auf der berühmten neuen A36. Und langsam fragt man sich so, ist das so eine schlaue Idee gewesen, jetzt doch am Abend noch loszufahren. Die Straßen unfassbar leer. Ist natürlich angenehm zum Fahren. Doch das Navi, das zeigt, ja, irgendwie unverändert, 8 Stunden an. Das nimmt nicht wirklich ab. Aber wir haben auch schon beschlossen, dass wir dem Navigationssystem nicht so sehr trauen. Ja. Was hast du dazu? Das hat uns schon öfter in die Irre geführt, tatsächlich. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Große Terror-Tour, sozusagen. Über drei Pässe. Aber, ja, wir werden mal sehen, was jetzt passiert. Zweieinhalb Kilometer müssen wir abfahren. Also gucken wir uns. Da wechseln wir wahrscheinlich die Autobahn das erste Mal jetzt hier. Ja, sehr genial bisher. Erster kurzer Halt auf unserer Reise hier. Wir sind jetzt bereits auf der A14. Kurz vor Halle. Ja, mal kurz die Beine vertreten, auf diesem wunderschönen Platz hier. Ja, ich habe mich nun dazu mal entschlossen, meinen kleinen Nightliner auszutesten. Ich habe mich mal hier nach hinten verzogen. Ja, und es ist einfach genial. Es hat so ein bisschen was von kleinem Mikrocamper. Hätte gar nicht gedacht, dass das hier in meine kleine Karre alles so reinpasst. So ein kleiner Ruhebereich quasi. Und ja, den können wir jetzt so entsprechend nutzen, wie wir das möchten. Jeder, der mal eine kleine Pause braucht, kann diesen Bereich hier jetzt nun richtig entspannt nutzen. Richtig genial. Ja, ein Gefühl von Freiheit. Auch wenn es nur ein kleines ist, aber wirklich großartig. 1.48 Uhr. Ja, wir sind jetzt hier am Land des Himmelssteiche. Regnet. Ja, wir kommen ganz gut durch, würde ich sagen, oder? Absolut. Sehr genial hier. Was sich hier gerade zuträgt, ist einfach nur Hammer, oder? Ja, unfassbar. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir uns entschließen, so früh loszufahren. Mal sehen, wann wir ankommen. Aber die Stimmung ist einfach nur einwandfrei. Ja, das ist geil. Es macht richtig Spaß hier. Ja, Freunde. Mittlerweile, Viertel nach zwei, haben wir jetzt hier die Grenze zu Bayern passiert. Rastow Frankenwalde A9. Ja, also wir sind jetzt hier am Rasthof, war noch schnell eine kleine Pipipause eingelegt. Noch schnell was trinken und dann weiter geht's, würde ich sagen, oder? Es regnet in Strömen, absolut. Und auch sehr, sehr windig tatsächlich. Ja, man merkt das schon auf der Autobahn, wenn du das Auto wirklich wieder zurückziehen musst. Wie gesagt, wir sind jetzt hier kurz hinter der Grenze vom Freistaat Bayern. Wir haben jetzt noch fünfeinhalb Stunden, laut Navi. Ja, das ist immer sehr optimistisch, das Teil da. Jetzt machen wir Spotify an, würde ich sagen. Spotify. Jetzt hauen wir es raus hier. Okay, ich gehe wieder in den Nightliner, würde ich sagen. Ab in die Koje. Ab in die Koje. Sehr genial. So schaut das hier im Nightliner von unterwegs mit Bene aus. Ja, hier mein Fuß zur Erkennung. Genial. Also jeder, der ein bisschen schwächelt, kann sich hier erholen. Ein Mini-Spa-Bereich. Die erste Unregelmäßigkeit tritt nun auf. 2.59 Uhr. Ja, Stau. Hier geht gerade gar nichts mehr. Aus bisher unerklärlichen Gründen. Ja, also wir haben jetzt das Auto ausgemacht. Ja, leider stecken wir hier in der Vollsperrung. Gerade ein Unfall passiert und mit Bergungsarbeiten. Keine Ahnung, wie lange es jetzt hier noch dauert. Ja, ist halt jetzt gerade nicht so pralle. 3.05 Uhr. Ja, müssen wir mal sehen. Wir geben ein Update, wenn es weitergeht, würde ich sagen. Das riecht hier verdammt nach Urlaub. Das ist schon echt genial. Hoffen wir, dass den Leuten da vorne nicht allzu viel passiert ist. Das ist mal das Wichtigste. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten sitzen wir ja jetzt zumindest im Trockenen. Ein kurzer Zwischenbericht. Wir haben es nun 3.28 Uhr. Wir stehen hier immer noch ganz gemütlich. Mittlerweile zeigt auch das Navigationsgerät hier Vollsperrung an. Ja, der weitere Verlauf bleibt weiter unklar. Wir haben es jetzt kurz vor 4.00 Uhr und es rollt wieder. Mitten hier auf Dach 9 in Bayern. 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 kurzer zwischenbericht wir haben es jetzt 9 uhr 3 sind jetzt in italien bei sterzing und jetzt steht uns noch ein schöner pass vor der jaufen pass freut sich schon und 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nur mal kurz für den Tour-Counter. Es ist jetzt viertel nach zehn und wir sind angekommen im schönen Passajatal, St. Martin. Und Janine ist gerade sofort hier in die Bude gesprintet. Die musste unglaublich mal pinkeln. Und ja, ich bin immer noch so ein bisschen am Verarbeiten. Ja, wir haben nun hier unser Zimmer. Ja, es ist sehr, sehr schön, das muss man schon so sagen. Und wir haben auch mega Glück, muss man auch an der Stelle sagen, dass wir jetzt hier schon rein können. Ja, wir haben es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, halb elf, elf. Ganze Nacht durchgefahren. Hier wird schon das Zimmer inspiziert. Du musst mal ins Bad gucken, das sieht mega aus. Ja, guck mal her, gehen wir nochmal hier, machen eine richtige Roomtour hier. Boah, Wahnsinn. Ja, womit haben wir das verdient? Nach der Fahrt aber eigentlich auf jeden Fall. Jetzt lassen wir hier gleich alles so dunkel. Wir sind fix und fertig. Manchmal kannst du sogar beim Duschen zugucken. Siehst du, hier ist ein richtiges Aquarium. Wir haben uns jetzt erstmal ins Bett geknallt und haben, weiß ich nicht, von zwölf bis um 17 Uhr erstmal geschlafen. Und ja, inzwischen ist es kurz nach sechs und ich habe gerade so festgestellt, dass wir ja insgesamt zwölf Stunden jetzt gefahren sind. Und dass selbst wenn wir um sechs Uhr morgens losgefahren wären, unter diesen Verkehrsbedingungen wir ja jetzt auch eben jetzt auch erst angekommen wären. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen am Verarbeiten hier. Schaut mal da. Ich habe mal das Fenster aufgemacht. Ist auch so eine Patientin. Ich muss auch noch einmal holen. Wobei sie ja tapfer hier gefahren ist. Und hier so ein bisschen Aufnahmen machen kann, etc. Ja, hier. Unser schönes Zimmer im Bierhotel Martinerhof. Alles so hier ans Bier angelehnt. Sogar im Badezimmer Bierseife, Bier-Shampoo. Diejenigen, die letztes Jahr dabei waren, wissen wir, dass wir ja ebenfalls in St. Martin waren. Ebenfalls Martinerhof. Allerdings im Weinhotel. Ja, der sogenannte Unterwirt. Nur ein paar Meter von hier entfernt. Ja. Diesmal hier nicht im Vernatschzimmer, sondern im sogenannten Weizenzimmer. Draußen sind es 23 Grad. Das fühlt sich aber irgendwie wesentlich kälter an. Und die Tage, die soll es gar nicht gut werden. Also morgen irgendwie auch 90% Regen. Kalt. Aber mal sehen. Wir sind ja immer noch so in der Ankommephase. Ist ja halt von unserem Wohnort immer recht weit hierher. Aber haben wir so gut angekommen. Und das ist das Wichtigste. Ja, dann geht es noch zum Abendbrot. Wo ich gar keinen großen Hunger habe, wie immer. Nur solchen langen Reisen. Aber ganz langsam ankommen. Ja, wir sind gerade dabei, uns so ein bisschen gesellschaftstauglich wieder zu machen. Die Fahrt hat natürlich ihre Spuren hinterlassen. Ich sehe da immer aus wie so eine Litwass-Säule. Sprechen Geschichten für sich. Aber jetzt ist dann doch ein kleines Hüngerchen mal da. Und wir werden mal sehen, was es lecker zum Abendbrot gibt. Es riecht schon hervorragend. Musik wir sind nun wieder auf dem zimmer gut gesättigt und haben uns gerade schon eigentlich so gut wie entschlossen noch mal raus zu gehen bisschen beine vertreten frische luft schnappen denn leider wie so oft mir wieder ordentlich flau im magen ich habe das ist irgendwie schon länger dass ich immer wenn ich so reise gerade so am ersten tag dass ich da so eine art reiseübelkeit entwickelt das ist immer nur so der erste tag der erste abend aber hunger hatte ich trotzdem und das essen war auch sehr lecker und ja ich habe mir vorsichtshalber doch mal kamillentee mit hochgenommen jetzt hier noch ein bisschen gute bergluft jetzt hier zum abend oder nur eine kleine runde mal sehen wie gesagt wir waren jetzt noch mal draußen noch mal ein paar sachen aus dem auto ausgeladen deswegen habe ich die kamera auch nicht mitgenommen an der hände voll hier haben wir ein paar impressionen unserer unterkunft sagen das war ja heute echt ein ritt ja hier sieht man es aber auch ordentlich an naja es ist halt schon immer sehr weit bis von uns bis dorthin und zwölf stunden fahrt das schlaucht ganz schön schön dann noch durch die nacht fahren aber letztendlich sind wir hier wir können es genießen gibt jetzt morgen richtig schön freu mich schon aufs frühstück richtig schön mit speck und freilaufende kaninchen haben wir gesehen gerade ja also es ist wirklich sehr naturnah und ich freue mich schon auf unsere touren mal sehen was wir machen werden genau denke besser kann ich jetzt den tag auch nicht zu ende bringen als sonst noch mal ein gedanke kommt melde ich mich natürlich noch mal morgen muss man so lange es zumindest geht ausschlafen mal sehen jetzt noch so ein bisschen blödsinn gucken und einfach mal ein bisschen zur ruhe kommen